Erinnert ihr euch noch an diese beiden Videos hier? In diesen Videos ging es um die lustigsten Namen von wirklich existierenden Fußballern und Trainern. Da dieses Thema recht unterhaltsam und lustig war, wiederholen wir es noch einmal. Aber dieses Mal geht es nicht um Fußballspielern, sondern um wirklich existierenden Fußballvereine. Im heutigen Video die 6 lustigsten Namen von echten Fußballvereinen. Nummer 6. Anti-Drug-Striker-Sport-Club Sierra Leone Beginnen wir mit einem Fußballverein, der sich FC Anti-Drugs, also FC keine Drogen nennt. Dieser Verein wurde 1993 in Newtown Sierra Leone gegründet und spielt aktuell sogar in der 1. Liga. Der Verein wurde Anti-Drug-Sport-Club genannt, um ein Zeichen zu setzen gegen den Drogenmissbrauch in Sierra Leone. Denn dieser bringt regelmäßig das Land an seine Grenzen und obwohl sogar lebenslange Gefängnisstrafen drohen, hatte das Land 1996 den zweithöchsten Drogenkonsum auf den afrikanischen Kontinent. Durch den SC Anti-Drugs sollen die Menschen angeregt werden, sich sportlich zu beteiligen, anstatt Drogen zu konsumieren oder zu verkaufen. Das schaffen sie durch sportliche Angebote und Events. Auch Suchtberatungen und Therapien werden dort meistens angeboten. Wie groß der Einfluss des Vereins wirklich ist, weiß ich nicht. Heute hat Sierra Leone zwar noch ein Drogenproblem, aber im Vergleich zu früher ist es deutlich besser geworden. Aktuell steht der Verein leider auf den 16. Tabellenplatz und wird ab nächster Saison in der 2. Sierra Leone Liga spielen. Nummer 5. Taipei Flight Skywalkers Taiwan Was ihr sicherlich schon wisst, bin ich neben Fußballfan auch ein großer Star Wars Fan und mag alle kanonischen Filme und Serien oder habe zumindest eine Meinung. Deshalb darf ich euch mit großer Freude diesen Fußballverein vorstellen. Taipei Flight Skywalkers Football Club Der Flight Skywalkers FC ist ein taiwanesischer Fußballverein, der aktuell in der 2. Liga spielt. Gegründet wurde der Verein unter dem Namen Red Lions FC, aber nachdem der Verein 2021 vom Changi Group übernommen wurde, wurde der Verein in Flight Skywalkers FC umbenannt und der Club erhielt einen Relaunch. Ob der Verein wirklich nach einem Skywalker benannt wurde, ist nicht bekannt, aber cool ist der Name dennoch. Nummer 4. Chicken Inn FC Zimbabwe Der Chicken Inn Football Club ist ein 1997 gegründeter Zimbabwischer Fußballverein, der zu den erfolgreichsten im Land gehört. 2015 wurde der Verein erstmals Zimbabwischer Meister und nahm auch mal an der Champions League teil. Viele kennen aber den Verein nicht durch seine Erfolge, sondern hauptsächlich wegen den ungewöhnlichen Vereinsnamen. Chicken Inn Football Club Der Name, der sich anhört, wie wenn man das englische Wort Huhn gendert, stammt von einem großen zimbabwischen Fastfood-Einzelhändler, der gleichzeitig auch Eigentümer des Clubs ist. Dieser unterstützt den Verein finanziell, sodass der Verein aktuell in der zimbabwischen 1. Liga auf Platz 2 steht. Nummer 3. BC Young Boys Schweiz Der Berner Sport Club Young Boys ist ein Schweizer Fußballverein, der mit 15 Schweizer Meisterschaften, 7 Schweizer Pokalsiegen und 2 Scherms League Teilnahmen zu einer der besten und erfolgreichsten Vereine in der Schweiz gehört. Auch wenn viele sich am Berner Sportclub gewöhnt haben, ist der Vereinsname bei wörtlicher Übersetzung schon ziemlich komisch, denn Young Boys ist Englisch und bedeutet auf Deutsch übersetzt Junge, Jungen. Nicht nur die Männermannschaft heißt so, sondern auch die der Frauen, die mit 11 Schweizer Fußballmeisterschaften und 15 Schweizer Fußballpokalsiegen zu einer der erfolgreichsten im Schweizer Frauenfußball gehört, trägt Young Boys im offiziellen Vereinsnamen. Aber warum heißt eigentlich der Club Young Boys? Im Jahr 1897 lernten sich die späteren Gründer des BFC in einer Universität in Bern kennen und besuchten daraufhin ein Gastfußballspiel zwischen den Old Boys aus Basel und dem FC Bern. Da den vier Jungs die Leistung des Basler Sportclub Old Boys so dermaßen gut gefallen hatte, gründeten sie am 14. März 1898 einen Fußballklub unter den ähnlichen Namen FC Young Boys, der später in BFC Young Boys umbenannt wurde. Nummer 2 FC Santa Claus, Finnland Der FC Santa Claus ist ein Fußballverein aus Lapland und spielt derzeit in der 6. finnischen Liga. Der Verein wurde 1992 als FC Santa Claus und Rovaniemi durch die Fusion von Rovaniemien Raipas und Rovaniemien Lapi gegründet. Nach einem Insolvenzantrag im Jahr 2012 wurde der Verein aufgelöst und unter den Namen FC Santa Claus Artic Circle neu gegründet. Obwohl der Verein nie höher gespielt hat als die 4. finnische Liga ist der FC Santa Claus aufgrund seines Namens weltweit bekannt. Viele wissen jedoch nicht, warum der Verein nach dem Weihnachtsmann benannt wurde. Der Ursprung des Namens stammt von der Legende, das nicht der Nordpol, sondern die finnische Stadt Rovaniemi die Heimatstadt des Weihnachtsmannes ist. Auch wenn der Weihnachtsmann in Finnland Julu Pukki heißt, verwendete man den englischen Namen Santa Claus, um den Verein international bekannter zu machen. Nummer 1 Nackbreda, Niederlande Wenn ihr denkt, der Name des niederländischen Zweitligisten Nackbreda sei harmlos und nicht komisch, dann habt ihr noch nicht den richtigen Namen kennengelernt. Denn der Klub heißt mit vollständigen Namen Neut opgeven, altijd doorzetten, aangenaam door Vermaak und nuttig door Ontspanning Kombinatie Breda Kurz, Nuat, Advendo, Kombinatie Breda Noch kürzer, Nackbreda Mit 13 Wörtern und 86 Buchstaben ist das der offiziell längste Vereinsname der Welt. Der 97-zeichenlange Vereinsname entstand am 19. Dezember 1912 durch der Fusion von Nuat und Advendo zu dem Profifußerverein Nackbreda. Bei der Namensgebung hat man den vollständigen Vereinsname der beiden Vorgängerclubs Nuat und Advendo zusammengelegt und daraus wurde der längste und kurioseste Klubname aller Zeiten. Ja Leute, das waren die verrücktesten Klubnamen von echten Fußballvereinen. Was waren von denen 6 euer Favorit und welche weirden Fußballklubnamen kennt ihr noch? Schreibt diese gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Fußballvereine nach echten Personen benannt wurden oder warum der FC Hansa Rostock ursprünglich aus dem Erzgebirge stammt, dann klickt hier in der Endcard. Like und abonnieren nicht vergessen. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.